Wir müssen natürlich wieder die erste Sache machen, ihr wisst was ich meine. Genau, jetzt aber, come on! Wo ist die realste Zeit von Deutschland? Lauter, wer hat die geilste Crowd in Deutschland? Ladies and Gentlemen, willkommen! Willkommen hier auf Twitch, hier auf meinem Kanal und ihr hört keine Hintergrundmusik oder irgendwelchen anderen Gebubbleshit. Ich bin wieder am Start, ich bin sonst die ganze Zeit am Arbeiten, deswegen tut mir leid, dass ich zu komischen Zeiten online komme. Aber es ist doch scheißegal, Hauptsache ich komme online und wir checken uns Mucke ab. Das ist doch das, was wir wollen, das ist das, was wir machen, ja und deswegen erstmal Prost, ja. Enrique, schön, dass du am Start bist, ja. Anubis, Wade, danke auf jeden Fall, aka Sines oder Chris Baylor, auf jeden Fall danke dir für deinen Sub, ja. Dass du einfach mal den Prime mit Prime abonnierst, sehr gut, das ist eine gute Sache, auf jeden Fall. Ja und der Zato natürlich hier, ne, hat es ja schon angesprochen, hier dafür, was sind das denn hier für Zeiten, ne. Was hast du dafür Zeit, den kann ich dir nicht sagen, ähm, und ob ich am 7. Oktober Beat Buffet komme, ich glaube nicht, würde Schindy sagen, ja. Weil, ich weiß nicht, ob ich überhaupt, ähm, auf vielen Veranstaltungen wieder am Start sein kann, so, aber pass the mic auf jeden Fall, so, weil dort moderiere ich. Ansonsten wird es schwierig, ja, weil ich halt arbeitstätig bin, ja, ich bin am Arbeiten, jeden Tag, immer Frühschicht, immer um 6 Uhr aufstehen, 7.30 Uhr bin ich auf der Mathe, bin ich auf, bin ich direkt auf der Arbeit. Und dann geht das los, ja, so, deswegen, ähm, das würde jetzt auch hier der gute, äh, sag mal hier schnell, wie heißt der, wie heißt der hier, hier von, von, äh, Schockmusik, hier, Cracker Valley, ja, los. So sieht's aus, ja. Hm. Jetzt gerade frisch geduscht, unten ist Waschmaschine an, muss ich später ausräumen. Und ansonsten hab ich mir gedacht, jo, dann geh ich einfach mal live hier auf Twitch, gucken, wer alles am Start ist und dann machen wir einfach mal ein bisschen Party, ein bisschen Reaction. Ich hab's auf jeden Fall vermisst. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass es keine regelmäßigen Streams geben wird, ja, aufgrund Arbeit und ich muss halt auch irgendwie gucken, dass ich auch die Zeit einteile mit Family, mit Freunden, mit Mucke machen, mit allen möglichen Sachen, die halt noch dazukommen. Willkommen im Real Life und, ähm, aber ich hab auf jeden Fall immer noch diese Sache im Herzen, ja, deswegen wird es trotzdem irgendwie Streams auch geben, auch wenn, egal, so, ich bin jetzt, seit 15 Uhr bin ich daheim, ja, so 15.30. Äh, 15 Uhr hab ich Feierabend gehabt und, ähm, ja, mal gucken, wie das jetzt alles so läuft. Auf jeden Fall ist Twitch halt wirklich nur Spaß. Ja, so, ich hab da auch gut verdient, so, in der Zeit, ne, hier, wo Covid war und so, ähm, kann ich halt nicht abstreiten. Ich hab viel auf jeden Fall investiert auch, ne, reinvestiert hier in die ganzen Sachen und das war alles super schön und gut und so, aber jetzt, weiß ich nicht, ist halt, es ist halt nur Hobby. Es ist halt nicht irgendwie mein, ähm, mein Brot und Wasser so gesehen, ja, so, ich lebe nicht davon, so. Ich lebe für Hip-Hop, ja, davon lebe ich aber auch nicht und ansonsten halt, ja, muss ich halt mein Brot verdienen, halt, bin ich am Arbeiten und, äh, versuche da halt, wie gesagt, mein Geld zu machen und, ähm, solange es mir gut geht, ist auch alles supi und meine Hobbys sind halt trotzdem immer noch, äh, Sachen, die ich gerne nach, nach wie vor verfolge und immer noch Bock drauf hab und ich hab mir das ja nicht umsonst alles hier aufgebaut, ne, auch natürlich, wenn's ein bisschen mehr sein könnte, ne, muss man einfach hier Hand aufs Herz mal geben, so. Es gibt so viele Talent, talentlose Hurensöhne da draußen, ja, die es einfach nicht verdient haben, so eine Reichweite zu haben und, äh, da denke ich mir so, hey, eigentlich müsste ich an deren Stelle da stehen, ja, ähm, und müsste da eigentlich, äh, mehr, äh, Reichweite dann haben und sowas. Für den Content, den ich produziere, ja, und nicht, äh, für so'n, für so'n lieblosen Dreck, halt, ne, muss man einfach sagen, lieblosen Dreck, so. Und das kann ich auch nicht gönnen, ja, ich, äh, ich glaub, da wird keiner von euch irgendwie solchen talentlosen Husos gönnen, ja, so. Da, äh, ist leider die Toleranzschwelle auch ziemlich, äh, kurz, ja. Ja, wie gesagt, ich danke auf jeden Fall an jeden, der hier ein Abo abgeschlossen hat und für die mache ich ja auch meine Streams, auch für die Leute, die hier einen Follower da gelassen haben, ja. Ähm, ich weiß, dass wenn ich halt nicht regelmäßig hier auf Twitch bin und so, wird das auch nicht jeden erreichen, äh, nicht jeder weiß dann direkt Bescheid, wird nicht benachrichtigt und so, weil Twitch ist da schlau, ja. Ja, die machen das nämlich so, dass wenn du zum Beispiel lange nicht gestreamt hast und sowas, dann fällst du ganz nach hinten, so. Dann bist du wieder wirklich komplett, komplett, äh, nach hinten geschmissen worden, so. Und das ist halt schade, ja, ist halt sehr, sehr schade, aber so ist es leider, ne, so ist es, da kannst du halt nichts dran ändern. Außer man macht natürlich aktiv noch mehr Content, also man, äh, reagiert mehr auf Sachen, man geht, ähm, mehr live, ja. Ja, normal, aber es ist, ähm, nicht so möglich, weil es gibt auch Tage, wo ich wirklich von der Arbeit komme und ich will nur meine Ruhe haben, ne. Ich glaube, ihr kennt das auch, ne. Man will einfach nur relaxen, ähm, ich muss auch wieder morgen um sechs Uhr früh, sechs Uhr früh aufstehen, ja. Das heißt, ähm, auch wieder Brot schmieren und alles und dann zack, ab auf die Arbeit. Ähm, ist natürlich auch sehr, 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 sehr schwierig halt immer jeden Morgen mal dann, äh, aufzustehen und dann halt immer frühzeitig halt ins Bett zu gehen, ist ja klar, ne. Und dann muss halt natürlich der Rhythmus wieder rein und, äh, bin jetzt gerade zwei Wochen durchgehend halt dann malochen und, äh, geht natürlich weiter, ne. Ich bin froh, dass ich die Chance hab, dass ich das machen kann und, ähm, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, ja. Das muss man auf jeden Fall sagen. So, hey, mein Lieber, heute ist der liebe Ikbimsdodo wieder live auf, äh, Twitch ab 18.30. Äh, würdest du, könntest du ihn heute raiden und wenn du das beendest, haben wir mal drüber gequatscht, äh, würde mich sehr freuen. Er weiß von nix. Muss ich gucken. Ja, wenn ich, äh, um 18.30 den Stream beendet habe, so, keine Ahnung, ne halbe Stunde, ähm, vielleicht, ich stream jetzt auch nicht so lang. Ich denk mal, ich so, ich werd so um die, ja, sagen wir mal, jetzt quatsch ich ja auch schon, äh, gefüllt ne halbe Stunde. Und stream mir jetzt eigentlich 42 Minuten, ja, also ich hab ja auch die ganze Zeit Leerlauf davor gehabt, also meine Mucke habt ihr ja gehört, ne. Und jetzt bin ich ja erst gerade aktiv am Start, ähm, aber so ein bisschen quatschen und sowas, das find ich auch gar nicht mal verkehrt, ja. Kann man auf jeden Fall auch machen. So, jetzt mal das hier stoppen. So, und, ähm, ich hoffe, dass es halt trotzdem irgendwie den einen oder anderen hier auch unterhält und der dann Bock hat. Und hier geht es halt für die Unwissenden, ja, darum, dass ich mir Musik abchecke und wenn du jetzt gerade hier Musik, äh, irgendwie hast, die ich noch nicht abgecheckt haben sollte, ja, wo du sagst, yo, yo, dat ist ein Newcomer-Rapper, so, der ist ein Underground-Rapper, so, den hast du noch nicht gehört, der ist cool, den musst du dir reinziehen, dann sei so lieb und schmeiß mir den Link in den Chat hinein, ja, und ich check ihn live. So, das hab ich ja schon mal einen Track gesagt und, äh, so wird es auch gemacht, ne. Für die Leute, die ja schon öfters am Start sind, die wissen das und, ähm, ja, dann schmeiß den Link in den Chat hinein und ich check es und werd mir das mal reinziehen und dann sag ich natürlich auch meine ehrliche Meinung zu der ganzen Scheiße, ne. Ist ja klar, ne. Also, jetzt nicht negativ gemeint hier auf Scheiße bezogen, sondern respektvoll, ja, weil wir sind hier auch respektvoll, auch untereinander und, äh, ich werde keinen Musiker, keine Musik als Scheiße betiteln, ja. Ich werd sagen, das ist vielleicht, äh, nicht gut, äh, da muss und da und da was besser gemacht werden, das ist halt, äh, so die Quintessenz aus der ganzen Sache, ne, weil ich möchte ja eher den Leuten helfen, dass sie dann halt irgendwie vielleicht ein bisschen, äh, von meinem Wissen, äh, profitieren können, ne, für die nächsten Projekte und, ähm, dann bekommen eine Fachmeinung, eine, eine konstruktive Kritik, ja, und können damit arbeiten, so. Das ist wichtig und wenn man halt sagt, jo, du bist scheiße, so, damit kannst du nicht, kannst du nichts mit anfangen, kannst du auf jeden Fall, äh, nur sagen, jo, du bist selber scheiße, ja. So, man ist abgefuckt und ich möchte hier niemanden abfucken, deswegen, wir wollen hier wirklich, äh, den Leuten helfen, ja. Und wenn wir uns was reinziehen von etablierten Künstlern oder Underground-Künstlern und so, ne, da wo man vielleicht gar nicht mehr so viel meckern kann, dann feiern wir das einfach, sag trotzdem meine Meinung dazu, was ich daran cool fand und so. Und dann, äh, haben wir das auch durch, ja. Ganz easy, ganz locker, entspannt. Sidekick Beats, der Brudi, der auch mein ganzes Album produziert hat, ne, nicht schwärts machen. Auf jeden Fall schön, dass du auch hier bist, Brudi. Und ich hoffe, dir geht das gut und ich muss dich mal wieder mit neuer Mucke versorgen, sag ich mal, ne. Das, äh, sollte eigentlich mal wieder der Fall sein. Weil ich seh die ganze Zeit, äh, die anderen Rapper so, ne, Die hauen die ganze Zeit Releases raus, da kommt wieder ein Video raus, da kommt wieder was, da kommt wieder was. Und ich denk mir so, fuck, alter, ich kann das besser, dicker, so. Ich kann doch auch, wenn, ey, ich kann doch auch raushauen, so. Ich bin doch guter Rapper, so. Ich bin doch dope, alter, so. Äh, ich muss wieder, ich muss wieder aktiv werden, so, ja. So, mich, mich, äh, juckt es in den Fingern immer, ne, dass ich mir denke so, boah, ey, ich muss was machen. Ich hab keinen Bock mehr, dass die, dass die Motherfucker da jetzt, äh, äh, vor mir da die, äh, die ganzen, äh, Lorbeeren einheimsen, ja. Wird Zeit, dass ich da jetzt auch jemanden Hack hole, so, ne. Und, äh, arbeit schön und gut, ne. So, ich will auf jeden Fall auch mehr Mucke wieder machen, so. Und ich hoffe, das klappt. Und, äh, ich hoffe, dass die Leute das dann auch zu schätzen wissen und, äh, wie gesagt, also nicht schätzen machen. Ich bin sehr, sehr positiv überrascht über die ganze Resonanz. Und, äh, SKB und ich, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr dankbar für jeden, der sich die Platte geholt hat, äh, gestreamt hat, ne, wie gesagt, gekauft, gestreamt, all das. Und, ähm, war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache, ja. Und ich hab auch schon Bock auf die nächste Platte, so. Konzept steht, Themen stehen, Beats stehen, äh, das Cover steht auch. Das Einzige, was noch fehlt, ist der Inhalt. Hahaha. Ja, ich hab, ich hab ein paar schon geschrieben, halt nochmal für einen Song, so, ähm, wo halt auch so ein bisschen in die Richtung geht wie kein Thema, ja. Ist halt auch ein bisschen mehr aggressiv, geht nach vorne. Es wird auf jeden Fall ein bisschen boombar-plastiker, es wird ein bisschen, äh, ja, es wird ein bisschen heftiger, denk ich mal, als das, äh, Album nicht schwätzen machen, ja. Und es wird keine sechs Jahre dauern. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal.